Hallo, heute möchte ich dir zeigen, wie man mithilfe eines kleinen Chemielabors und Stoffen aus dem Haushalt und der Apotheke einige Nährstoffe in Lebensmitteln nachweisen kann. Zuerst wollen wir dazu einige Begriffe klären. Wir sollten wissen, was Nahrung, Lebensmittel und Nährstoffe sind. Alle essbaren und trinkbaren Stoffe bilden die Nahrung. Ausgenommen sind die Genussmittel, zum Beispiel Alkohol. Wenn all die essbaren und trinkbaren Stoffe verändert, verarbeitet oder teilweise verarbeitet werden, kann man von Lebensmitteln reden. Der Nährwert oder Brennwert ist der hauptsächliche Nutzen von Lebensmitteln. Er gibt den Energiegehalt in Lebensmitteln an. Nährstoffe sind Bestandteile unserer Nahrung, die wir direkt für unsere Tätigkeiten, den Stoffwechsel, den Wachstum und die Erhaltung unseres Körpers benötigen. Dazu zählen wir die Eiweiße, Fette und Stärke. Stärke ist ein Kohlenhydrat. Kohlenhydrate teilt man in Einfach-, Zweifach- und Vierfachzucker ein. Zu den Einfachzuckern zählen wir Traubenzucker und Fruchtzucker. Der Milchzucker und der Rohr- oder Rübenzucker sind Zweifachzucker. Stärke und Cellulose sind Vielfachzucker. Letztere können wir aber nicht verdauen, deshalb ist sie ein Ballaststoff. Ich zeige euch zuerst den Stärkenachweis. Zur Speisestärke gebe ich eine Jodlösung. Zur Kontrolle tropfe ich auch etwas lukulische Lösung auf Rübenzucker und Kochsalz. Der Nachweis ist positiv, wie wir links sehen können, wenn eine Dunkelfärbung, also violett bis schwarz, einsetzt. Negativ ist er, wenn alles gelb-bräunlich bleibt. Demnach ist in Haushaltszucker und Speisesalz absolut keine Stärke. Für den Nachweis von Traubenzucker will ich in der Apotheke erhältliche Teststreifen einsetzen, die für den Traubenzuckernachweis im Urin bestimmt sind. Außerdem kann man mit den Teststreifen auch die Menge des enthaltenen Traubenzuckers, der ebenso Glucose genannt wird, messen. Wir sehen, dass es einen Farbumschlag von Gelb nach Hellgrün gibt. Wir messen durch Farbvergleich mit der Testskala 20 mg je Deziliter. Also 20 mg Traubenzucker je 100 ml der Lösung. Wenn Traubenzucker fehlt, bleibt der Streifen unverändert gelb. Es gibt noch eine weitere Nachweismöglichkeit für wasserlösliche Kohlenhydrate. Hier müssen wir aber die Gefahrenhinweise beachten. Eine Zuckerlösung wird mit Benedikt-Reagenz versetzt. Die habe ich bereits vorbereitet. Die Lösung ist kräftig blau. Wir geben sie zur Traubenzuckerlösung und erhitzen vorsichtig. Allmählich verändert sich die Farbe des Stoffgemisches. Je nach Zuckerkonzentration soll die Lösung rot, gelb oder grün werden. Beobachtet, ob es gelingt. Ja, geschafft. Der Traubenzuckernachweis war positiv. Bleibt die Lösung nach dem Erhitzen blau, war kein Zucker vorhanden. Der Eiweißnachweis gelingt mit Hitze und mehreren Reagenzien. Beginnen wir mit dem Eiklar des Hühnereies. Es wird in zwei Reagenzgläser abgefüllt. Ein Reagenzglas wird erhitzt. Ganz klar, das Eiklar wird zum Eiweiß, so wie wir es kennen. Eiweiße sind also hitzeempfindlich. Diese Eigenschaft kann man nutzen, um sie zu finden. Die Veränderung von Eiweißen, bis sie funktionslos werden, heißt Denaturierung. Zum zweiten Reagenzglas mit Eiklar ergibt man Kupfersulfatlösung. Empfindliche Eiweiße flocken bereits bei Vorhandensein von Kupfersulfatlösung aus, da die Kupferteilchen, es handelt sich um die Kupferionen, die in der Lösung sind, das Eiweiß ausflocken lassen. Das ist auf der Untertasse schwach, aber deutlich im Reagenzglas festzustellen. Sollte das nicht genügen, setzt man noch eine Soda-Lösung hinzu. Und es erfolgt langsam eine Violettfärbung, die wiederum vorhandenes Eiweiß nachweist. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Zitronensäurelösung hinzuzufügen. Wasserlösliche Eiweiße fallen aus, da sie verklumpen, verursacht wird es durch die Säure. Eiweiße sind säureempfindlich. Sie werden also durch Säuren verändert. Auf ähnliche Weise entsteht durch die Milchsäure Quark. Zum Schluss noch der Nachweis für Fette. Dazu brauchen wir nur Löschpapier. Wir setzen zwei Tropfen Rapsöl darauf, an anderer Stelle etwas Butter und an der nächsten Stelle einige Wassertropfen. Umkreisen die jeweiligen Flecken und stellen den Ventilator an. Nach kurzer Zeit, etwa 5 Minuten, bleiben nur noch ein durchscheinender Ölfleck und der Butterfleck übrig. Das Wasser verdünstete. Das war die Fettfleckprobe. Vielleicht interessierst du dich jetzt genauer für die Verpackungsaufschriften unserer Lebensmittel. Dort werden nämlich die Nährstoffe eingegeben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.